Hallo und herzlich willkommen zur Starcraft 2 Kampagne. Mein Name ist Shemenjin und ich freue mich sehr, dass ihr reingeschaltet habt und mich richtig gut unterstützt hier. Wir haben hier ein Artefakt, wir haben Tykes, wir haben hier den Warfeld, wir haben Nachrichten. Bei der letzten Folge waren wir im Tunnel und haben die ganzen Zerks gerüstet. Ach Mensch, für die Leute, die Zerks echt mögen und lieben, sorry, aber das ist halt die Kampagne. So, wollen wir mal mit Tykes sprechen? Oder wollen wir nach... Ne, Nachrichten, komm, Nachrichten. Meine Damen und Herren, heute ist ein trauriger Tag hier für uns bei UNM. Ich bedauere, Ihnen mitteilen zu müssen, dass sich Donny Vermillion letzte Nacht in die Nervenheilanstalt hier auf Kohal hat einliefern lassen. Während die Ursache seines plötzlichen Nervenzusammenbruchs weiterhin unklar bleibt, wurde jetzt bekannt, dass er lediglich mit Socken bekleidet war und angeblich ein Manifest von Imperator Mengsk sowie ein Pfund Erdnussbutter bei sich gehabt haben soll. Wir wünschen dir alles Gute, Donny, und hoffen, dass du schnell wieder auf die Beine kommst. In der Zwischenzeit übernehme ich die Stelle der leitenden Moderatorin hier bei UNM. Für UNM, Ihre Kate Lockwell. Was? Was? Er hat einen Nervenzusammenbruch bekommen, der hat einen Pfund Erdnussbutter bei gehabt. Was ist los mit ihm? Alles Gute. Der finale Angriff. Bist du bereit? Darauf kannst du Gift nehmen, Partner. Mann, wir werden die Kerle sein, die die Königin der Klingen umlegen. Echte Helden. Der alte Mengsk wird dich vielleicht sogar begnadigen. Damit eins klar ist, Talcass. Wenn Valerian recht hat und dieses Artefakt Kerrigan wieder zu einem Menschen machen kann, dann bringe ich sie hier weg. Haben wir uns da verstanden? Okay, Jimmy. Und ich weiß, du willst daran glauben, dass sie gerettet werden kann. Aber nach allem, was sie angerichtet hat, naja, sagen wir, nicht jeder verdient eine zweite Chance. Lass das mal meine Entscheidung sein. Ja, Talcass, also echt mal, ähm, der gute Jim, der will ja nur seine Perle wieder zurückhaben. Ich hoffe, er es schafft da auch. Bin ganz gespannt. All die Jahre hat Mengsk sie als den Teufel höchstpersönlich hingestellt. Aber ich habe gesehen, wie sie ihr Leben für Männer riskieren, die sie unter normalen Umständen zur Strecke bringen würden. Ihr Imperator ist derjenige, der hier hinter Gitter gehört. Mir, ihnen ist immer nur um Freiheit für die Menschen. Kopf über in die Schlacht mit einem Fremden. Unter Feindbeschuss, Seite an Seite. Der Krieg macht uns alle gleich. Es ist mir eine Ehre, an ihrer Seite zu kämpfen. Die Ehre ist ganz meinerseits, General. Ach ja. Ach ja, Atefack. Wir haben verdammt viel Zeit, damit verbrach, deine Teile zu finden. Aber jetzt, wo es zusammengesetzt ist, ist mir das Ding recht unheimlich. Geht mir genauso. Wenn ich es anschaue, ist es fast, als würde ich Stimmen hören. Je eher wir das Ding los sind, desto besser. Ganz meine Meinung. Im Moment ist dieses Artefakt die wichtigste Waffe im Universum. Und wir werden sie benutzen. Ich wünschte nur, bei dem Ding wäre eine Anleitung dabei. Bei unserem Glück beißen wir noch ein Loch ins Raumzeitkontinuum. Immer mit der Ruhe, Tykes. Wir sind hier ja nicht in einem schlechten Science-Fiction-Film. Ja, aber Tykes hat schon recht, ne? Dass er ein bisschen skeptisch ist. Das ist ja ganz klar, ne? Also, jetzt geht's. Weiter. Äh, nein, 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 nein. Bla, bla. Hier. Auf jeden Fall. Mission, alles oder nichts. Mission C, beschützen Sie das Artefakt. Ach, na wie schön! Wir werden unsere Pioniere bringen das Xel-Nager-Artefakt zur Basis des primären Schwarmclusters. Wir werden unsere letzten Streitkräfte mobilisieren, um es zu beschützen. Leider wird es eine ganze Weile dauern, bis das Artefakt für einen Angriff auf Kerrigan aufgeladen ist. Laut Informationen von Möbius werden die Zerg von den Pulsrausstrahlungen des Artefakts angezogen. Sobald es aktiviert ist, werden alle Zerg in der Nähe in Raserei verfallen und versuchen, es zu erreichen. Keine Chance, mit den paar Truppen, die wir haben, einem anhaltenden Zergangriff zu widerstehen. Dabei könnte uns das Artefakt selbst helfen. Laut unseren Informationen kann es sich in einer sogenannten Energie-Nova entladen, die alle Zerg in seiner Nähe ausschalten sollte. Wow. Allerdings muss es nach jeder Aktivierung eine Weile aufladen, sonst wäre es ja auch zu einfach. Sie werden die Energie-Nova manuell auslösen müssen. Zum Glück pulsiert sie auf einer subsonaren Frequenz, gegen die wir immun sind. Neu aufladen oder nicht? Ich bin für jede Hilfe dankbar, General. Und denkt dran, Kerrigan ist noch immer da draußen und wartet auf uns. Wie könnten wir das vergessen? Oh man, das wird... Derzeitige Mission, alles oder nichts. Oh mein Gott, ich liebe dieses Spiel. Voll bescheuert von mir. Keine anderen Sorgen. Du hast mir das Xel-Nager-Artefakt gebracht. Danke, dass du mir den Ärger erspart hast, selbst danach zu suchen. Warnung! Große Zergstreit noch im Anmarsch. Wir sind noch nicht bereit für so viele. Wir werden das Artefakt benutzen müssen. Eine beeindruckende Verteidigung. Aber bei weitem nicht beeindruckend genug. Meine Streitkräfte sind zahllos, während deine jede Minute weiter schwinden. Für diese Sache kann es nur einen Ausgang geben. Hm, das werden wir sehen. Okay. B-B-B-F-Einsatz bereit. So. Upgrades sind auch schon mal wichtig. Sind wir ein bisschen voraus. B-B-F bereit. Dann werden wir hier noch ein paar machen. B-B-F-Einsatz bereit. So. B-B-F bereit. Habe ich hier schon mal ein paar? Ein paar ist gut, ne? Muss schon was sein hier? Ja, muss doch mal sein. Tor sind gar nicht so schlecht. Tor sind gut. Äh, Lädt auf. Okay. So. Oder sollen die erstmal da hin? Da hin? Wäre gut, ne? Die kommen da hin, so. Ach, das dauert auch noch. Das ist cool. Wollen wir ein bisschen... Hier ist der Tor. Upgrade, durchgeführt. Durchgeführt. Upgrade, durchgeführt. Hier wird hier immer ein bisschen was hingestellt. Das ist immer ganz gut. Ja. Wir könnten hier etwas mehr gebrauchen. Ganz kaum noch, Herr Bauch. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Bis jetzt ist noch alles ganz gut. Und in Ordnung, würde ich mal meinen. Ja, soll sie doch kommen. Ich habe hier einen schönen Artefakt, den kann ich aktivieren und dann war es das für die. Aber ich habe hier noch nicht. Ich habe hier einen schönen Artefakt. Ich habe hier eine kleine Artefakt. Ich habe hier einen schönen Artefakt. Scheiße. Eine große Menge Zergflieger nähert sich in den Surf. Von da hinten, okay. Ja sollen sie doch. Sollen sie doch, sollen sie doch, sollen sie doch. Sollen sie doch, sollen sie doch, sollen sie doch. Da brauche ich ein paar Arbeiter. Wollte schon Imps sagen. War auch Schwachsinn. So. Soll sie sich doch mal nähern. Ach echt? Es wird Zeit, dass ich mich jetzt persönlich um dich kümmere. Dann mach das doch mal. Wenn du das so gut kannst. Mädel, Mädel, Mädel. Soll ich mich jetzt auch. Okay. Okay. Soll ich mich jetzt mal. Ja, noch? Nicht genügend in der Reihe. Arbeit gerutscht. Wir könnten hier etwas Hilfe geben. Basis wird eingepassen. Wir sind schon unterwegs. Los, los, los! Noch eine Welle zerk, Flieger, Sir. Juhu, gewascht uns. Noch eine? Einer geht noch. Einer geht noch rein. Nicht genügend in der Reihe. Was dauert noch? Läd auf. Toll. So. Ja. Jupp. Sir, ich orte eine Menge Overlords, die auf Sie zukommen. Luftverteidigung bereit machen. Jawoll. Wie geht es nicht? Wo ist der Platz? Sonst noch was? Was ist der Platz? Durchgeladen und entsichert. Sein Flüchtling. Wir könnten hier etwas Hilfe geben. Was ist der Raum noch erwarten? Die Energienohäle des Parfaits ist wieder vorstellig aufgeladen. Was ist der Platz? So. 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 Oh. Schon wieder? Ich werde euch alle von meiner Welt zünden. Ist ja nichts Neues. Die kommt ja immer wieder, Mensch. Wenn sie meint. Was soll sie machen. So. Ganz viele haben wir hier. Oh, tsch. Ach, what the hell? Ich hab keine... Fliesers! Na los, komm. Oh, blöde Sau. Oh, toll. So. Alles bereinigt hier. Aber sicher. Wer hat die Flotte gerufen? Kannst Traum noch erbauen. Nein, die nicht. Oh, doch, 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 doch. Die können hier hin. Mach ich gleich zwei Stück. Ah, hier hab ich keine mehr. So, da ist schon mal sicher. Ja? Echt? Schon wieder? Kommst ja ständig wieder. Echt? Wir sollten nicht hierher kommen. Warum denn nicht? Bist ja so unfreundlich. Kann man so unfreundlich sein. Oh, eine Minute noch. Ja, ey. Sie hat sich wieder zurückgezogen. Halte die Stellung. Ja, ey. Okay. Wir haben eine große Anzahl Zergflieger auf dem Schirm, die sich auf sie zubewegt. Meine Güte. Weiter. Na klar, es kommt. Zwei, eins. Jetzt. Ja. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Was zum... Sir, die Scanner zeigen die größte Zergbiosignatur an die ich je gesehen habe. Und sie bewegt sich direkt auf sie zu. Das ist gut, dass sie hier sind. Oh, meine Güte hier. Da, dieses Kackvieh hier. Genau. Was ist für dich? Wir könnten hier einfach Hilfe genommen. Wo sie warten? Ich bin schon unterwegs. Hä? So. Na los, komm. Ah, kommt die schon wieder? Nee, irgend so was anderes. Nee, irgend so was anderes. Schon wieder? Nähern sich doch ständig hier. Mann, ich musste hier so viel nachbauen. Ach so, ist auch schon platt. Ja, auch schön reparieren. Ach echt? Na dann. Wo ist die, Alter? 82? Fast dahin 80% haben wir schon. Uiuiuiuiui. Das kann ja echt mal was werden hier. Wir können hier einfach Hilfe geben. 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 Hier komm ich. Kannst kaum noch erwarten. BBS bereit. Ich steck' ganz schön in der Gäste. Sir, wir haben eine große Anzahl Zergflieger auf dem Schirm, die sich auf sie zu bewegt. Ich bin hier eben. Nein! 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 BBS-Proton Eine große Menge Zertflieger nähert sich Ihnen, Sir. Schon wieder? Immer das gleiche hier. Die BASIS wird angekackt. Die BASIS wird angekackt. Unsere WDFs werden angekackt. Die Energie des Artefakts hat ihren Höchststand erreicht. Noch ein klein wenig durchhalten. Ja, werde ich... Ich seh schon. Wie soll ich das sonst durchhalten? Ja, klasse. Ich weiß nicht, ob ich das hier durchhalte. Durchhalten kann, wie auch immer. Das ist so übel, Mann. Das ist so übel. Das ist so übel. Wir können hierher... Das ist die Ionische Schnauhe-Fälle mit Klasse 12 entdeckt. Die Königin der Klinge ist zurückgekommen. Schon wieder? Die kommt hierher? Ich habe dich schon lange genug aufgehalten. Echt? Ach echt? Muss ich jetzt sterben? Bist sie da sicher? Ich will nicht, du. Also... Gut, ich werde sterben wahrscheinlich. Ich werde sterben! Ich werde sterben! Ich habe es geschafft! Ich werde sterben! Ich habe es geschafft! Ich habe es geschafft! Du blöde Kuh! Du blöde Kuh! Du dachtest, könntest du dich platt machen! Ich habe es geschafft! Zwei Erfolge geschafft! Ist das nicht geil? Ich habe es geschafft! Ich habe es geschafft! Ich habe es geschafft! Sarah. Sie haben Ihre Befehle, Mr. Findley. Führen Sie sie aus. Was? Nein. Sie wählen unseren Weg. Meine Schande. Jim? Alles wird gut. Ich hab dich. 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 Wow, das war doch mal mega, ey. Also, Starcraft 2, Karpania, Wings of Liberty, das ist doch echt Hammer. Oder was meint ihr? Oh Gott, ich hab fast angefangen. Oh Gott, der Schloss war ja echt toll. Tykes war echt so ein Arschloch, ey, das war ja so klar. Ich hab mir das schon so bei gedacht und jetzt haben wir die Karpagne durchgespielt, beziehungsweise ich hab jetzt die Karpagne durchgespielt. Jetzt können wir bei dem zweiten Teil anfangen, bei der zweiten Karpagne. Och wie geil, ey, jetzt hat er seine Liebe wie der, die Sarah. Aber wie ich gesehen habe, ist sie immer noch ein Teil vom Zerg, oder nicht? Ich dachte, die wird dann so richtig menschlich, aber die hat immer noch diese Zerghaare. Ich dachte, sie kriegt wieder ihre schönen roten Haare. Aber nein, jetzt hat sie immer noch, ich glaub, die hat immer noch diese Kräfte. Hm, ich bin sehr gespannt, wie das mit ihr wird. Bei meinem zweiten Teil geht's ja richtig los, wo wir auch mit ihr spielen können, glaub ich zumindest. Ich hab's ja mal angespielt, aber schon... Oh Gott, wie lange ist das denn her? Ah, sehr lange her. Es ist echt sehr lange her, das ist fast ein Jahr her. Bevor ich das, äh, für euch auf YouTube aufgenommen habe und euch gezeigt habe, da hab ich mal kurz getestet. Ich weiß gar nicht mehr, was da passiert. Ich hab keine Ahnung. Ich wollt mal alles ausprobieren, weil, äh, wo ich das Spiel geschenkt bekommen habe, hab ich dann gleich alles ausprobiert. Warum auch nicht, ne? Ey, es ist ja echt mega. Ich find's echt... Können wir das ein bisschen vorspulen? Ich will das hier nicht mehr sehen. Es ist ja schön, wie viele da, äh, da mitgemacht haben und für Sounds und... Aber die Sounds waren schon mega. Die Geschichte ist auch noch richtig geil. Ach Gott, ey. Echt, es ist echt so schön. Kann man das wegmachen? Ich will das wegmachen. Ach, jetzt ist es weg. Juhu! Jetzt haben wir es geschafft. Letzte Mission? Okay. Ich warte da. Dahin. 40 Prozent! Ha! Wings of the Liberty abgeschlossen. Yay! Yay! Leute, wir haben's... Wir haben's abgeschlossen. Wir haben's abgeschlossen. Yeah! Yeah! Ah, wie geil! Ich freu mich total. Das heißt, wir können jetzt mit... Hit of the Storm jetzt endlich mal weiter anfangen. Episode 2. Und ich hoffe, ihr freut euch. Und ich freu mich auch riesig, die zweite Kampagne anzufangen. Also, Leute, bis zum nächsten Mal und wir sehen uns dann. Bis bald! Tschüss! Und ich vorstelle jetzt.